Eingepackt Kraftausdrücke jawohl Jut damit haben wir das wohl auch geschafft Jetzt müssen wir noch demnächst mal gucken, wie wir an unser Tier kommen Ach, guck mal Ich hab ne Idee Der hängt ja immer noch da, ne? Hm Er mir jetzt, warte Socke Gestrickte Socke, okay Was ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber wir können ja mal gucken Ob wir damit irgendwas anstellen können Stimmt, das waren ja noch die Löcher Vorhin haben wir noch Sound gehört, ne? Beim letzten Mal mal nicht Gucken wir jetzt nicht nochmal rein Obwohl Hab ich irgendwas Nichts von dem, was ich habe Hm, okay Können wir ganz schön weit gucken, wa? Hm Können wir hier irgendwas benutzen? Nö Nö, 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 nö Geht alles nicht So Hier geht auch nichts Hier auch nicht Hier haben wir auf jeden Fall Hölzer Hallo, mein Kleiner Ah Ah Jetzt Ich muss was fragen Ich muss was fragen Können wir hier Was ist, wenn ich dem die Socke gebe? Ja Ich wollte mich aufrichtig für vorhin entschuldigen Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen Sagen wir ziemlich Ich hätte nicht ausrasten dürfen Alle sehnen mir den starken Mann Dabei liebe ich Handarbeiten Ich bin nur wegen meiner Eltern hier Ihr macht echt gute Handarbeit Wirklich Bisher hat noch keiner meine Arbeit gelobt Naja, außer den Eichhörnchen Danke, Graham Das bedeutet mir viel Oh Gern geschehen Falls ihr sie mal verkaufen wollt Kann ich vielleicht eine Goldmünze locker machen Quatsch Das sind doch nur Socken Hier, nimm sie Sie sind hier sicher etwas zu groß Aber du könntest sie wie Schuhüberzieher tragen Wow, danke Gern geschehen Dann Ich könnte Ich könnte eure Kraft gebrauchen Um Triumph runterzuholen Er hängt in den Seilen Tut mir leid Die Fallen waren nur für die Wetzel Du bist frei Mein kleiner Freund Hallo Ich verdönnisier mich Ah, wie witzig Das wird nie alt Hey Triumph Hey Kumpel War das Day gut? Ich weiß ja Du bist gerade erst aus einem Baum gefallen Aber Da findet ein Tempoduell statt Und ich Hätte ich auch nicht besser sagen können Los geht's Hopp, hopp, hopp Ich hab heute schon Merkwürdigeres gesehen Oh, beachte uns gar nicht. Wir halten uns nur in Form. Es ist mein Tag. Mein Name ist Larry. Das ist Karl. Graham. Graham. Wissen wir. Wir haben dich beobachtet. Wir finden, du hast Potenzial. Wir unterstützen dich. Äh, danke. Durch. Eine Ursache. Wir sind für dich da. Wenn du uns brauchst, ruf einfach. So. Hey. Viel Glück bei den Duellen. Okay. Das Tempo Duell. Im Moment raste nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskochen? Nimm das. Nimm, 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 nimm. Ja, ha, ha. Uh. Ja, 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 ja. Huch. Ende. Von diesem Satz. Und dann? Verstand doch Y. Hä? Tuck, 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 tuck. Uh. Autsch. Von diesem Satz. Hilfe. So. Einmal die Kurve. Bam, 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 bam. So, er ist ja am Ratzen. So. Zack. Woher? So. Wo? So geht das, Graham. Ja. Ja. Ei. 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 Wispel flieht vor gefahr. Meine Rüstung muss makellos bleiben. Cotto, 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 cotto. Tiger. Topf einziehen, Germaine. Ok. Ok. Sherry! Ich sehe nichts. Die Männer siegt. Nach links. Links. Nach rechts. Alles klar. Nach rechts. Hab dich. Links. Hab dich. Nach links. Alles klar. Ok. Larry! Alarm! Ich gebe dir Deckung, Graham! oh god wir müssen es ihm zeigen was versuchst du dafür tricks ich wette ihr gewinnt das rennen nicht im hanscheren stehend ich wette ihr gewinnt nicht während ihr der gade eure legenden erzählt schafft das endlich zeigte sich das elfenbein monster und flitsch abend um 2.5 besagt noch eine runde ich wette ihr gewinnt nicht ok was versuchst du dafür tricks ich wette ihr gewinnt das rennen nicht ich wette ihr gewinnt nicht äh händchen stehend ah jetzt addendum 2.5 besagt noch eine runde ah jetzt weiß ich und 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 so jetzt den hanscheren auf euren händen stehend genau bam ich glaube jetzt müsst ihr rückwärts laufen ne äh whisper ich wette ihr gewinnt nicht während ihr der gade eure legenden erzählt oh nein verkehrt whisper schafft das endlich zeigte sich das elfenbein monster und flitsch sehr gut was hey whisper schafft das whisper ich wette ihr gewinnt nicht ich hab nämlich gerade anstatt rückwärts legenden gedrückt sie haben sicher noch eine runde zu drehen ja ich gebe mir Mühe und hopp Rückwärts Sollte, jetzt habe ich selbst gepennt Ah, hopp, hopp, hopp Und jetzt Dabei Alter Und Jetzt müssen wir das nochmal machen Im Handschrank Bam So. Jetzt rückwärts. Rückwärts. Aber dann denken wir, wir müssen selber springen, ne? Oh, oh, oh. Wir schaffen das, Graham. Schau zurück auf dein Spiegelbild. Okay. Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbein-Monster und Fletchers. Hey, Whisper schafft das. Jawoll. Komm zurück, Whisper. Bitte erzählt uns eine Geschichte. So geht das, Graham. Sehr gut, Graham. Wir mussten das. Wirklich gut, Graham. Oh.